Hallo, ich bin Amelie Held. Ich bin seit 2017 am Hans-Bredow-Institut in Hamburg und assoziierte Forscherin hier am HIG. Ich bin dem Forschungsbereich Transformation der öffentlichen Kommunikation zugeteilt. Das bedeutet, dass wir uns angucken, welchen Einfluss der Digitalisierungsprozess auf die öffentliche Kommunikation hat. Genauer gesagt, was zum Beispiel algorithmische Entscheidungen oder soziale Netzwerke für einen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung und auf die Mediennutzung haben. Also inwieweit nutzt man noch Medien durch Suchmaschinen oder nur noch durch soziale Netzwerke? Was für einen Einfluss hat das? Mein Fokus liegt auf dem Einfluss von Informationsintermediären und algorithmischen Entscheidungen auf die Meinungsfreiheit. Ich bin Senioristin und gucke mir deshalb die Grundrechte an, das heißt die Meinungsfreiheit und die Informationsfreiheit und inwieweit sie gefährdet oder gegebenenfalls auch besser gewährleistet werden durch den Digitalisierungsprozess. Diese Forschung ist insbesondere deswegen wichtig, weil sich immer mehr in den digitalen Raum verlagert. Das bedeutet, dass wir in erster Linie immer an die Mediennutzung denken, an das Fernsehen, an Zeitungen, die immer digitaler werden. Andererseits hat das aber auch Einfluss auf unsere Demokratie und auf die Teilhabe an der Meinungsbildung und an ganz vielen anderen Prozessen, die für unsere Demokratie sehr, sehr wichtig sind. Und wenn wir eine Spaltung der Gesellschaft zum Beispiel verhindern wollen, dann ist es sehr wichtig, dass alle diese Grundrechte weiterhin wahrnehmen können. Und deswegen ist es für unsere Gesellschaft so wichtig. Ich hätte zwei Buchempfehlungen, die ich sehr gut finde. Einerseits von Garton Ash, das ist ein britischer Historiker, der hat über die Redefreiheit in der vernetzten Welt geschrieben. Und Cass Sunstein, das ist ein Rechtsprofessor aus den USA, der aber ein Buch geschrieben hat, was sehr zugänglich ist, also kein Jurabuch. Und das heißt Hashtag Republic. Und da geht es genau um diese Demokratiefragen in der vernetzten Welt, in sozialen Netzwerken. Und die finde ich sehr informativ und vor allem reißen sie die Probleme nochmal auf, ohne zu fachspezifisch zu sein.